So, also hier komme ich zu dem Ausgang. Hier sind komische Typen am Leben. Komische Geräusche von jemandem, die ich mich glaube ich viel zu sehr gewöhne. Also hier sind wir auch schon wieder. Maria, das ist mir wieder. Dan. Daniel, wie ein Freude, wie immer. Ja, das Tür, die du erwähnt hast, ist es locket. Any andere Weg raus? No andere Weg, Daniel. Vielleicht du kennst den Code? Wir alle wissen es, deep in unseren Harts. Ja, uh-huh. Können Sie es aus, für mich? Um, 40 und 4. 4-0-4? Und die letzte Nummer? Das ist für Sie zu wissen. Wahrscheinlich. Okay. Ich gehe einfach schnell zu dem Ort, wo ich mich erinnere. Und dann war das falsch. Ja, hier wo der Groove ist. Er ändert sich da. Was ist das? Wechselt. Okay, sie hat gesagt. 4-0-4. 4-0-4-2. 4-0-4-2. 4-0-4. 4-0-4-6. 4-0-4. 4-0-4-2. Hm. Eins hatte ich zwei schon. Eins, vier. Ich hatte einfach erstmal. Sieben, vier, neun, vier. Acht, vier, neun, vier. Neun, vier. Neun, vier. Vier, vier, vier. Vier, vier, vier. Die würden mich doch verarschen, oder? Maria's Grübelei. Vier, null, vier. Jetzt muss ich nur die letzte Zahl rausfinden. Okay. Vier, null, vier. Okay, fangen wir an mit vier, null, vier, null. Vier, null, vier, eins. Vier, null, vier, eins, okay? Ja. Fuck you, gosh. Irgendwie finde ich das merkwürdig, dass ständig meine Sicht verschwinden kann und alles gut sein kann. Ah ja. Ich schau mich nochmal hier komplett um. Hier bin ich reingekommen, ne? Bin ich dann nochmal hier links, links? Das müsste ich jetzt übersehen haben. Das sieht irgendwie nicht mehr so aus wie das, woran ich mich noch nicht erinnere. Aber hier kommen die Stimmen näher. Chiron ist Problem noch zu löchern. Da ist ein Löcher. Hier komm ich ja, ne? Ja, ich bin hier raus. Dann geh ich mal hier links. Wir sind ja schon recht lange hier unten. Genau, hier hatte ich ja geguckt. Hier ist auch noch ein Exit. Hier geht's. Hey. Hey. Geil. Ah, der hat okay. Hier ist schon 30k. Ja. Hier ist alles, alles zu. Alles zu. Was haben wir hier noch? War ich auch schon mal, oder? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ja. Nein, da fahre Schwinnerei. Jetzt sieht's noch kaputt aus. 80 wollte ich haben. Okay. Hier ist der Exit mit den Junkies. Die kann ich nicht mehr öffnen. Und hier war auch nichts mehr zu füllen. Schön. Es ist ein bisschen seltsam, dass meine Sicht so kaputt ist. Obwohl ich eigentlich ja noch... Ruhe da drüben... Eigentlich ja noch genug Schärfern haben sollte, oder wie das heißt. Maria, Maria... Dann gut funktioniert überhaupt nicht. Maria. Es ist mir wieder. Dan. Daniel. Was ein Freude. Wie immer. Ja. Ähm... Die Tür, die du erwähnt hast, ist es geschlossen. Keine andere Art. Vielleicht kennst du den Code? Wir alle kennen ihn. Ja. Ähm... 40... Und... 4. 4. 4. 4. Und... Die letzte Nummer? Das ist für dich, zu finden. Aber nicht schreien, Daniel. Dieses Ort ist nicht für dich. Wenn du zu lange bleiben, dann wird dir mit dem Rest uns schlafen. Witzig. Okay. Wie soll ich denn jetzt die letzte Nummer rausfinden? Ähm... Keine deine Implantate... Ja. 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 Das ist aufgebaut. Hier ist übrigens eine Treppe hoch. Stimmt, hier war ich ja schon, ja? Der macht nicht nochmal auf. X4. Bei dieser Tür, wo die 404 ist. Kann ich da vielleicht noch was anderes machen? Ja. Ach... Wie soll das denn? Ja. 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 Egal. Egal, wir gehen uns hier längs. Das klang das echt so, als würde ich hier die Tür aufgehen können. Ja, bist du ja gemeint. 4-0. 4-0. 4-0. Nicht zu schnell. Aber ich versuch's hier nur eine Runde. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. 8-0. 4-0. 4-0. 4-0. Und ab dafür. Dann ist die 28 mir erstmal egal. Die sagt auch nur 4-0.4 und los geht's. 5-0. 5-0. 5-0. Der Käpt'n ist auch nicht mehr ansprechbar. 5-0. 5-0. 4-0. 5-0. 5-0. 5-0. 6-0. 6-0. 5-0. Jetzt auch nichts mehr in der Outbau. Jetzt geht's hier links rum. Und Musik ändert sich. Ich mach's jetzt doch aus und wundere mich, warum hier eigentlich abgesperrt ist. Hier ist ja aber nichts interessantes drin, oder? Nicht so weit ich sehen kann. Da geht der Sound eigentlich auf einmal wieder an. Kann das nicht mal scannen oder so. Ist auch nichts irgendwie angemalt oder so, oder? Ich kann auch hacken. Okay. Halt mir da rein. Was ich die ganze Zeit über vergessen habe mit dem Nachsoineinladung. Und es ist 4-0-0-X. Warum ist es jetzt 4-0-0-X? Ah! Aber, da fällt mir ganz was ein. Ich kenn ja auch die 28. Auch wenn ich's vielleicht gar nicht will, weil die Geräusche da so sind. Mal mit dem Hacken versunken. Ich komm ja so da rein. Ich bin dann hergestellt. Fragezeichen. 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 Und... Fragezeichen. Eins. Was schränkt das jetzt nur noch auf 1000 Zahlen ein? Dann eben nicht. Fangen wir jetzt nicht an. Uhr. Uhr. Also nicht mit 000, 013, oder ... ... ... ... ... um das Revier zu bekommen. Okay. Hier fällt Wasser runter. Ich kriege mich auf. Was ist das hier? Ich kriege auf. Jetzt nochmal. Die selbe Treppe, oder? Ne? Ne. Ah, das ist das von der Seite. Ich nehme mal die andere Seite. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich mehr Vertrauen in diese Seite. Da ist noch eine Wand und alles wird unscharf. Wow. Okay. Der Teppich. Psst. Hey, you. Komm hier. Wo ist denn hier? Einfach weiter. Und noch ein langer Gang. Ja, ich bin gespannt, was passiert. Ah. Hey. Du bist? KPD. State your business. You're well-being. Mein Brun. Yes. And no. What do you think? Das geht hier vor sich. What's this about? Why, you? Of course. It's always about you, isn't it? Don't fuck with me. That's not why I'm here. It's time to move on. Äh, deswegen will ich nicht die verzauberte Membrane zurückholen. Ich rieche wie Narzissen auf deiner Leiche. Ich fühle mich nicht. Ich fühle mich aner. Ich fühle mich aner. Was ist das, kür? Ich bin ein cober. Ja. Ich habe das Recht zu bleiben. Ich habe das Recht zu bleiben. Alles, was ich sagen kann und werden von mir in einem Court of Law. Ja. Ich habe das Recht zu einem Anwesagarten. Ich verstehe meine Recht? Ja. Ähm, schwer für, ja. Mach ich. Und, geh weiter. Seltsame Unterhaltung. Ich hoffe, es war egal, was ich ausgewählt habe. Okay.